One more, one more. 80? 80, okay. Schreiben wir mal 80. Oder was sagst du? Warte mal, er macht die Karte, nicht du. Gib ihm 18. Ich bin nett. Gib ihm 18. Okay. Okay, ist nett. Mein Name ist Stefan Geiduck. Ich bin Coach vom eFootballteam vom BVB. Und bin schon mega hyped auf FIFA 23. Und dachte mal, ich guck mir mal ein paar Stats an. Überleg, was die Jungs so bekommen könnten im nächsten FIFA. Aber alleine macht das weniger Spaß. Deswegen habe ich mir ein bisschen Hilfe dazu geholt. Muki. Hey. Donny. Hey. Du hast ja schon eine Karte gemacht, ne? Mit Toni, ne? Nicht gucken, ey. Das ist wie in der Schule hier. Gucken wir uns mal an, was er dir so gegeben hat. Warst du zufrieden? Ja, die fände ich schon frech halt. Was sagst du? Tempo ist mehr. Ne? So wie du? Close. Ja. Okay. So? Schießen mehr. Schießen mehr. Schießen mehr? Muki immer schießen. Ja, du hast einen harten Schuss. Das stimmt. Was ist mit Pass? Ist okay. Ist okay? Spielst du nicht so gerne Pass? Ja. Ich stelle, man muss so nicht größer. Dribbling? Einen mehr. Einen mehr. Wie viel habe ich bei Dribbling? 79. Ja. Komm, ist okay. Ja, okay. Ist deine zweite Karte ja jetzt. Ja. Dann sagst du Verteidigung, Defense. Sehr gut. Nein, ey. Hallo. Was würdest du dir denn geben? Defense? Ja, 35. Alter, ich arbeite ja hinten auch. 35 ist gut. Ja, ist aufrecht. Was denkst du, was du hast, Defense? Ja. Wir kommen noch zu dir, aber was denkst du im Vergleich zu ihm? 33. Ein bisschen besser. Und Physis? Ist gut. Ist gut? Bist du mit zufrieden mit Physis? Ja. Bisschen mehr im Kraftraum. In drei, vier Jahren erwarte ich dann mindestens 80. Ja. Still young. Ja. Ja, ja. Aber was sagst du insgesamt? Ja, passt. Na guck mal, wenn 75, dann wird es ja eine Goldkarte. Das ist ja jetzt noch keine Goldkarte. Keine Ahnung. Du hast mir letztes Mal gesagt, deine erste Karte erwartest du auch Goldkarte. Ja, ist okay. Willst du 45? Ja, natürlich. Bin gespannt, was bei dir rauskommt. Ja, ich auch. Ich schwör. Aber lass uns mal... Bei Donny. Bei Donny. Ja, wir müssen ja seine Karte von letztem Jahr noch vor uns haben jetzt, ne? Du kannst die nehmen, die ist ja hier. Ah, wo ist Donny? Achso, hier. Ja, komm. Willst du sie mal runterholen? Ja. Das ist ein Magnet. Okay, Donny. Tempo selbde. Tempo wie viel? Selbde. 90. 90? Ja. Was sagst du? Hat er mehr als du? Oh nein, nein, nein. Einen mehr. Ja. 91 sagst du. 91. 91, okay. Okay, Schuss. Lass ja das nicht. Hast du Schwergast von Schuss als du? Ja. Besser genommen? Linke Fuß sind... Meine Linke Fuß sind... Nicht so gut. Nein, ich bin ja Linke Fuß. Ja, ja. Also mein Linke ist besser als seins. Ja. Ja gut, aber... So nicht besser, aber ein bisschen. Na, Spaß. Wie viel war es hier? Du hast 79. Einen mehr. Einen mehr. 80? 80, okay. Schreiben wir mal 80. Oder was sagst du? Warte mal, er macht die Karte, nicht du. Gib ihm 18. Ich bin nett. Gib ihm 18. Okay. Okay, ist nett. Bro, pass. 72. Bro. 75. Ja. Ja, ne? 75. Frag ihn nicht. Er muss nicht zufrieden sein mit dem, was du machst. Nein, nein, nein. 75. Ich sehe ihn ja jeden Tag beim Training. Okay. Okay, dribbeln. Oh. Woviel? 83. 83 war letztes Jahr. Ich würde sagen, Donny geht schon dribbeln. Ja, ich würde sagen, ich gebe ihm drei mehr. Drei mehr sogar? Ja. 86? Ja. Wer ist der beste Dribbler im Team? Der beste Dribbler? Jamie, ne? Jamie. Jamie, okay. Da müssten die so 90 haben, sagst du. Aber seine erste Karte muss ja auch nicht so stark sein. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Die Regel war auch bei mir. Okay, Defense. 13, Bro. Okay. Ist okay, ne? Ja, ist okay. Ja, ist okay. 30. Bleibt. Ja, bleibt so. Okay. Ja, okay. Physik. Du hattest so 73. Äh, 74. War er im Kraftraum letztes Jahr? Uff. Warst du viel Kraftraum? Nein, 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 nein. Letztes Jahr nicht. Aber dieses Jahr, dieses Jahr. Aber dieses Jahr, dieses Jahr. Boah. Ich gebe ihn 76. 76. Ja. Für mich eine Taktik. 81? 81 würdest du dir geben. Oh, ich bin schon mehr als so im Kraftraum, Alter. Komm, wir machen 76. 76. Und dann gucken wir deine Karte. Was sagst du gesamt? Gesamt, warte, ich würde sagen 85. 85? Ja. Okay. Also Steigerung von letztes Jahr auf dieses Jahr sieht man schon. Okay, 85. Ja. Wärst du zufrieden mit dieser Karte? Zufrieden, aber FIFA nicht 85 geben. Was denkst du? Was ist realistisch? Realistisch? Soll ich sagen? 81. Ich sage 82. Du sagst 82, du sagst 81. Ja. Mit viel Glück 81. Ja, FIFA mag immer faxen. Willst du die Wahrheit sehen? Willst du echte Karte sehen? Ja, ja, ja. Wir sehen ja gleich. Da. Mama mia. Das ist deine echte Karte. Was? Ja. Ich habe die schon vorher gesehen. Tempo nicht mehr. Guck mal Tempo. Tempo runter gegangen, oder? Guck mal. Was hat er? 90, ja. Die haben Tempo langsamer gemacht. Alter, Sinn. Aber letztes Jahr im Spiel sehr, sehr schnell. Und jetzt langsamer? Was ist das denn? Zeig mal doch mal. Hey, guck mal. Pass. Pass ist einfach leicht. Schuss ist schlechter geworden. Schuss. Alter. Hölbeling gleich. Verteidigung dafür mehr. Ja, okay. Verteidigung mehr. 35. Physik ist auch runter gegangen. Runter gegangen. Auf 3. Guck mal. Unterschied hier. 2 Monaten, 2 Monaten. Ich habe Info. Ich wollte sagen, du brauchst Special-Karten. Dann ist fertig. Alles fertig. Okay, jetzt bei mir. Du willst deine sehen? Ja, klar. Okay, warte. Wir holen mal deine erstmal. Hier nochmal raus. Halt! Du siehst schon, ne? Ja, ja. Guck mal hier. Das hat Toni gewählt. Zu unrealistisch die Werte für euch? Du kannst ja nicht gleich bleiben, so wie letztes Jahr. Das ist ja unmöglich. Also, als ob du dich nicht weiterentwickelst. Weißt du? Als ob du kein Training hast? Nee, also... Defense. 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 30. Guck mal. Äh, Physik 60, Alter! Was hast du geschrieben? Wie viel Physik? Physik? Ach, Digga. Wollen die mich? Hast dich? Ich reg mich nicht auf, ja. Zu spät. Nein, ich reg mich nicht auf. Sagst du. Muss besser sein? Ja. Muss auch Special-Karten. 70. Du brauch auch ein paar Info. In dem Sinne, ähm, ja. Deprimierte Gesichter. Ich hab gehofft, denen was Besseres zeigen zu können. Donny, du darfst noch unterschreiben, deine Karte. Ähm, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und folgt uns auf dem BVB E-Football-Kanal auf Instagram. Die Karten werden wir... Ja, mal gucken, was wir mit denen machen. Folgt uns, mal schauen, ob wir sie verlosen. Ich denke schon. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen viele Info-Karten von euch Jungs. Werden nötig sein. Auf jeden Fall. Wir sind raus. Ciao, ciao.